ich dachte von rave clan jungen sagt dass du hallo ich muss ja noch nicht viel machen habe ich noch nicht als ob das von rave klatschöder hast du auch schon ich gebe mal gleich ein weg kann er mit planen das ist das nicht einer hat glaube ich von rave jude von 88 88 schon dass es von rave klein anders ist nein ich habe zwei gehabt ich habe doch schütteln die gleich raus jetzt gab es webclan 77 und also at gmx.de dann hat sie kein bock mehr darauf dann habt ihr web cod dings gemacht da habt ihr welt zu die du fischkopf hat die maul kopf weiter muss gar keine ahnung er hat von irgendwo ein passwort hat keine ahnung der fischkopf die frische junge du dricks kackbratzen kann nacken futze ich bin ja keine ahnung zu den mutter ist der kann man ja ich bin tot direkt weil ich stehe in p90 hat so ab wie gar nicht beraten der schlug dieser türke türke er mischt und er ist in der grüße wer von dem blöden ins haus ich bin gestorben auf 9 sogar bläder kommt nach hause direkt ja wenn dein vater ein paar heimliche filmen guckt schnauze kurz der wäscher kann auch sein dass er macht schon wenig kann auch sein dass er manchmal aber die machen ja ich werde gefestet grüß gott ich wollte immer ab so mein Name er ist mit dem untergrund der stadt rief mit dem mit dem ich sehe 880 der und stehe auf und feste nach dem roten die man hier mehr nicht genug er sagt mir nicht erst 21 oder wie viel kills der für wenig kill zu tun es ist nicht so ein lieb jetzt leckte ich mir im grünen weg jetzt nicht mehr grüßheit es gibt die leute einfach wie geschaffen ich verstehe ich nicht verstehe ich verstehe ich nicht hashtag die eichelkind steckt überhebt der guter zu lösen da ist das lösen so ein guter knuck hat er sagt er kann mich so nicht ich hab ja meine kronen auf die sterbe ich heute nicht mehr drauf und scheiße ja wer da tut mir so leid mich einfach es ist doch unfassbar Geht doch mal weg! Unsere Drohne ist erst bereit. Es ist echt mal weh im grünen Container und drückt mir ein Messer. mehr von hinten gekommen guckst du an und den eimer streaks alle draußen als sterbe ich nur noch bin ich eigentlich ganz naja gut nicht aber ganz okay auf der map mal mir so wie nicht wie wir auf street schütten immer so noch schon wieder tot er hat mich so gebumst jetzt akre du drecks judensohn stechen ab heute nacken bleib mal locker nö habe ich da aufgeregt das gnarlos drecks er quittet feindaufgabe come on mädchen hält sagen dass wir ihn drück mir die feindelstrahl ins Arschloch erheblich 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 aufgefunden sieglocker nun ich habe noch hat der Stelle genommen die Tiefelkirchen da 100 zu 0 ich habe schon deine gegner verdritten zum quad kill ich habe immer bei der nette buchstiger schon schlecht erholt mich auf 10er ich will das den winter dann ist von einem dreck kopfhalter von dem drecks körperlinger der fiftet uns schlechter gegen 15 er spawnt er wieder er fesselt alle nicht mal schlecht ich muss hier wieder in der mittel zwischen den zwei container er denkt sich gerade um die karte ich kann schon wieder auf der dritte die karte ich will nicht mehr die da vor der vorgabe ich glaube jetzt hier stehen gewinnt mag ich f*** den da wenn er da spawnt hat ein rasar wenigstens das heißt so wenigstens wie da ist die juden so mark hier er spawnt hier was war ich hab den ziel auswendig kurz vor meinem tarheli wenn ich ihn jetzt allein im tarheli drücke dann ist es so peinlich er ist da links gespawnt oder so er fiste mich nicht alleine und nicht alleine es ist mit dem ich habe einen tarheli erst mal im arschloch gespawnt hier habe ich eigentlich 40 kills gemacht er spawnt halt immer weiter digga ich brauche ich beim reden das wort hier warum leg ich dann im game also mark der spawnt da ja ich weiß ich wusste es nicht ich habe ihn die spawnt da war sind zweimal geneift digga was ist mit dir wir verlieren b der ist im haus im container da drinnen kommt er da er hat man Zeit angegeben er hat eine goldene p90 die spawnt schweppern guckt euch den spawnt schweppern jetzt jetzt da guckt auf bakker die spawnt das die spawnt rechts daneben am zauber ich hole dich nochmal findet ihr den stream ich hab den da gespawntrappt 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 mit den heis mit einem messer in den rücken gestochen digga fünfmal ne ich hab so viel dp gemacht in der runde es war schon wieder lustig die spazor man in der sechs mann party und so die ganze zeit wie das ja so heftig digga von dem bach steht da drin der typ stellt der erst mal halt einfach weiter alle karriere herausforderung oder schilder kinder schilder schilder jetzt worden die gleiche und darauf gar nicht klar alle alle karriere herausforderung muss man alles schon jungs man sieht den stream nicht beende ich sehe den nicht ja ich hab die bild geschickt mark guck jetzt was sie geschickt haben lockern bild ein fisch der wäger mag ich kann nicht auf die spawns sko er hätte die rechnen müssen kopf das ist die reichen der jahre nach der bockmann habe kein bord mehr ich gehe gleich auf hat rein jungs aber noch mit ihr so süßes maul geht eh nicht auf ja du trägst noten sohn marke ich hab der bild geschickt ja ich könnte sich das ledig die ganze zeit da drin ist einer louis oder rechts in der ecke kurzer der marktieren barkeiter hilft hinter dir Lukas ich bin ja nicht mal regieren das Witzige bitte um Hilfe von mir und wo ich immer bin nicht bitte um Hilfe man kann er kann er sich ja kennen ja nicht du bist bei Cigar und wie und gott muster unkraut hallo muss sein ich hätte in die ecke gehen soll er ungenannt andere sachen und die nächsten stark flecken eigentlich geflasht weiter wenn man zwanzig gar nicht wieder weg die linke die linke luftschlag jungs e weiter ohne die Wechseln aber war in der Hälfte 1 2 1 3 müssen die Apelie spiel und Hausjungen von Stoffel und ich hielt mir die erste ist weil ich weiß der mann hätte ich auch möglich aber nicht aber luft stört meinte er hat es kommen wie es ist hier spotify wenn man sich das radar nicht näher ich stehe habe kurz und entfernen ich habe mir das wort sich weiter das ist ja so alles fertig auf komisch tut ihn anwendung fehler fliegt auch aus nein ich kann nicht raus ich kann nicht raus ich kann nicht raus ich kann nicht mehr damit hätten ich habe luftschlag nicht mehr raushauen das ist jetzt geht es wieder ich konnte gerade nachladen ja ich kann alles nach außerdem die feldkaste nach links alles das ist ich habe luftschlag aber nicht raushauen helikopter jetzt kann ich nicht alles machen ich spiele nicht mehr es ist das zeitaufgabe ich kann nicht raushauen alles machen ja mark ist gut selbstgespräche die schnauze du hast du wohnen sohn spiel nicht mehr und mich ficken also das ding ist jungs guckt euch mal an wie ich stehe ich hoffe zähne wieder ich habe einen linken stick so nach oben heben mag sein wetten machen hier geht man ja hier geht alles jungs jungs ich hab die desert eagle dieses eine gold in diesem einen gold habe ich die oh mein gott gerade gehen meine rechte frei aber frei für alle frei für alle herrscher ich bin frei für alle herrscher frei für alle warte auf verbindung 10 da besteht auch auf verbindung 10 aber da unten da steht chipmann herrscher der bestehe jungen die fettbecken ich bin das team okay um was liebst du denn überhaupt es ist auch auf twitch gucken wo noch zwischendurch und durch youtube eingeben durch die stream sowieso nicht ich hab dem bild geschickt war für ich bin auch vorausgefunden zeitüberstreitung bei serververbindung okay also kann ich jetzt nur ein rape am erster bände ich muss da raus gehörter lobby komm luca aus ja luca spielt erst noch auf chipmann das macht als ob geht nicht steht immer als fast da steht fast fast vorbei es ist auch vorbei ich bin sicher dass du streamst ja ich hab doch ein bild geschickt junge join mir dann nicht mag schon mehr ich bin bei lukas drin lukas bin drin bin auch drin komm raus mal jungs ich habe so eine goldene desert eagle ja und jetzt freu dich doch voll bock auf den scrim alter jetzt spiel doch allein in scrim schon so rasiert und sondern kann doch allein in scrim spielen hat sich reingeschissen angesehen ich musste dich nicht durchziehen am anfang musstest du auch gar nicht das ist gesehen also muss sagen ich habe bisschen mehr gefickt als du sei er nein wir hatten gleich viele kids auf gennis auf showback und auf gennis ist auch fast ja weil du geslade hast ich hatte mal die meiste hilte nein aber nicht in gennis nicht auf gennis ist doch ich hatte immer die meiste ja und ich hatte gecuttet was kann ich dafür ja siehst du ist doch kein wunder wenn du ja okay ich beende sind ich beende jetzt den stream jungs ich beende den stream jetzt so leute kurz mal dich öffnen och test er und policzi und auch und und auch und auch auch Vielen Dank.